Wir sitzen gut geerdet, gehalten, stabil. Becken, Beine und Füße gehen weich in diese Umarmung der Erde nach unten. Und von dieser Basis aus richtet sich der Körper wie von alleine auf. Hände mit den Handflächen nach unten auf Oberschenkel oder Knie. Und beobachte nun, wie Dein Körper sich von alleine öffnet und aufmacht, um den Atem zu empfangen. Und wie der Ausatmen ganz natürlich geschieht, wenn der Körper sich wieder zusammenzieht. Deine Aufmerksamkeit nun auf Deine Knochen und Muskeln. Die Dein Körper nach außen hin eine Definition geben, eine Härte. Ein sich abgrenzen nach außen. Wie fühlt sich das an? Und nun lenke die Aufmerksamkeit auf, diese Dunkelheit in Dir, Dein tiefster innerer Körper, der weiche Körper. der ungesehen bleibt, geheim, deinem Atem sehr wohl bekannt, aber im Außen unsichtbar. Dieser Dunkelheit in diesem nährstoffreichen Boden, wo, von wo aus wir uns nach außen zeigen können. Und bleibe hier und beobachte, wie der weiche Körper sich aufmacht, um den Atem zu empfangen, den sich wieder leicht zusammenzieht für die Ausatmung, um den Atem wieder gehen zu lassen. Und bleibe hier und bleibe hier in diesem ganz eigenen Puls Deines Seins. Dieser Puls, der dich verbindet mit anderen Wesen, mit der Erde, mit dem Leben an sich. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jedes Mal, wenn du merkst, dass deine Gedanken einen Geist vortragen, dann komme wieder zurück in dieses Gewahrsein deines ganz persönlichen, inneren, weichen Körpers. Und lasse die Einatmung in jede Zelle dieses Körpers hineinfluten. Und in jeder Ausatmung diesen Zellen die Möglichkeit geben, sich wieder neu auszurichten. Ihren Platz wiederzufinden. Der Platz, der nun für sie stimmiger ist, als der Platz, den sie hatten in deiner Anspannung. Der Platz, der du sie in der Tatmung, mit der der Tatmung, mit der Tatmung, mit der Tatmung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spürst du, wie dein Bauch ganz sanft mit der Atmung sich mitbewegt? Spürst du, wie dein Herz seinem ganz eigenen Puls folgt? Aber diesen dennoch synchron schwingen lässt mit dem deiner Atmung. Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. 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 Amen.